Proklamation In dem Bewusstsein meiner Verantwortung von Jachua, Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen von Jachua, Jesus Christus, Immanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe, von Jachua Gott gegeben, den Boden meiner Heimat Preußen, der preußische Boden, der meinen Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich hier mit meiner ererbte Staatsbürgerschaft des Königreichs Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lebensrechte. Ich nehme Herrn Schirinowski beim Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dieses soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte würden meinen Vorfahren in den Jahren 1848 und 1850 durch Friedrich Wilhelm IV. übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Beginn der Geburt Träger aller Rechte und ich nehme diese heute wahr. Hildegard Pferonika aus der Familie Grimm, 6. Juni 2021 SWR 3 19 süß 1950 2050 1850 2060 21 2050 1850